So 3 zu 1 Hallo und herzlich willkommen bei LittleBigPlanet3 Scheiße ich hab irgendwo hingedrückt Die Nicole und ich haben letztes Mal schon aufgenommen Aber da ist alles abgekackt und deswegen spielen wir jetzt hier bei dem Bärenlevel weiter Und es lädt Äh Nein Ich möchte hier Alleine spielen So Ja wie gesagt Letztes Mal ist schon wieder das Programm abgekackt Und ich weiß nicht wieso Und ich habe jetzt eine Auf der anderen Seite der Tanzakademie ist der Hebel zum Umschalten der Musik Zieh daran Um beruhigende Musik für die Bären zu spielen Berühre nicht die Punkte Wie wir hier einfach schon gekonnt losrennen So und bei 3 Hüpfen wir da rein 1,2,3 Ja wir haben das wir spielen das Level jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal glaube ich Oh hast du Und hoch Versuche zu springen Wenn die Bären aufkommen Das wird deine Aufgabe viel leichter Warte 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 Was 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 komm mit Lauf 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 Achtung Hüpf hoch Das war zu früh Das ganze Gitter wackelt Der Cyberwolf kommt So ich hole dich Achtung Komm eigentlich hier dran Vollgämisch Sehr gut Ja Ich komme Ich gehe Nein ich wollte nicht springen Scheiße ich darf ja gar nicht springen So jetzt habe ich dich aber wieder hier Okay Alter bin ich hochgeflogen Achso warte ich muss Ich muss Ja genau Ja Und jetzt Oh Gott Oh Mann was ist denn los hier Ich weiß es nicht was habe ich getan So pass auf Pass auf Oh Warte warte Ich bin wieder hochgesprungen Nein Scheiße Warte Nein Was ist denn los hier Jetzt gibt dir Mühe Achtung Okay pass auf Ich mach das jetzt Ich konzentriere mich Ich konzentriere mich doch Sag mal Mann 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 Gerade eben waren wir so gut Ich komme Komm Ja 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 warte Ich muss Der Bär Der Bär muss hüpfen Nein 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 Jetzt 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 Oh Gott oh Gott Warte Oh Gott Oh Gott So Moment Oh Mann Ich bin wieder hochgehöft Ich bin drüben Jetzt müssen wir hier runter Vollgemisch Oh Gott Oh Gott Oh Gott Festhalten Ja ja Pass auf warte Ja Drei Zwo Und hüpf Oh war das knapp Ich zieh den Hebel Ich zieh den Hebel Äh ja Ich hab schon Die Musik ist anders Aber du hast Punkteblasen genommen Punkteblasen genommen Wunderschöne Punkteblasen Wunderschöne Punkteblasen Ja hey Options Nein das wollte ich nicht Scheiße Was du tun Es wird immer so hell Jetzt haben wir gar nichts leckeres zu trinken hier Tja du hast es leer gemacht Wir haben nichts mehr Hakenhelm Achja jetzt spielen wir den Dings frei Den haben wir letztes Mal schon frei gespielt Aber da hat er leider nicht zugeguckt Deswegen machen wir das jetzt nochmal Nur für die Kamera Nur für die Fans Bitte vergiss uns nicht Meine Bären können zu solcher Musik Egal das hat Spaß gemacht So Mit dem Helm Folge mich Ja ich komme Wo war das denn nochmal Wir müssen eine Etage höher glaube ich Ich glaube wir müssen in den Aufzug Hui Ja der Helm Wir müssen den Helm anziehen Ne hier war das nicht Doch Nein Das war da wo die Statue ist Komm Ja Zwei Spieler Ding Was war denn hier nochmal Komm Wir machen es einfach nochmal Ach das haben wir doch auch Letztes Mal schon gemacht Ich wusste Dass du die richtige Zackfigur Mit dem Hier und Da Gerät Ja genau Weißt du noch Ja Ach das war das Okay Ja das ist lustig Das machen wir nochmal Ja wir machen Wir drehen die ganze letzte Folge einfach nochmal Guck mal die Katze Die ist ein bisschen blöd Vollkommen irre Das nächste Mal mach ich einfach eine Catcam Und stell noch eine zweite Webcam auf Nur für die Katzen So Also diesmal wissen wir wie es geht Zeige mir Gerät Gehst du da wieder rein Ne diesmal gehst du da rein Musst du die fünf Sticker auf der Teststrecke finden Wenn du das Ende der Strecke erreicht hast Platzierst du hier als Beweis deiner Hier und Dortigkeit Dann werde ich Doktor Maxim Als der Erfinder des Hier und Dort Geräts In die Geschichte eingehen Ja Okay Muss ich da irgendwas machen Oder kann ich einfach nur Äh Jetzt musst du mich essen Warte Äh Mit dem rechten Stick drehen Ja ja aber ich kann mich nicht drehen Mit dem rechten Stick Achso es ist schon offen Äh aber ich will das Was ist mit dem Ding da hinten Ach da ist gar kein Sticker mehr Ich dachte auch da ist gar keiner mehr Ja isst mich trotzdem auf Hallo Ja okay dann gehen wir weiter Komm wir gehen weiter Ich folge dich So Geh nach unten Runter Und jetzt drehen Yay Weiter geht's So ich öffne dir den Weg Vielen Dank Und nach unten und drehen Jo Achtung Yay Oh Guten Tag Guten Tag So und Warte du musst unter mich kommen Achso Ganz weiter unten Runter 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 Und tschüss Oh ich hab äh Ich dachte ich Da wäre ein Weg Aber nein Geh weiter runter Okay Hi Gude Äh Äh Okay so geht's Leute das war's schon Das war's schon wieder Ja Jetzt platziere die Sticker Hier unten Jetzt müssen wir die Sticker wieder platzieren Okay Haben wir die denn noch? Ja ich denke mal schon Ähm Sticker und Dekos Ähm Wo haben wir die denn jetzt hier? Funktionen Architektur Farben Oh Gott Wo finden wir die denn jetzt? Ausrüstung Charaktere Die gab's doch irgendwo anders Sticker Architektur Ja jetzt brauchen wir auf jeden Fall Ja jetzt brauchen wir auf jeden Fall Kritze Gesicht Körper Laub Ja können wir das überhaupt nochmal machen? Stimmt oder? Man kann doch Aber die Wir haben sie schon gemacht Das natürlich ist blöd Ja Ja ich glaube weil wir das jetzt gemacht haben Sind die jetzt irgendwo einsortiert Die sind weg Ne die sind jetzt halt hier irgendwo einsortiert Weißt du? Weil hier das war ein Igloo Schilder Warte mal realistisch Wenn die alle jetzt irgendwo einsortiert sind Dann Gesicht Körper Gekritze Farben Dekorativ Architektur Ja ich weiß es nicht Ich hab keine Okay dann gehen wir einfach weiter Wir haben die nicht mehr Ist egal Fortsetzen So Erstmal ein bisschen Liebe verbreiten Und jetzt retten wir den Oder wegnehmen Wie heißt der noch bitte? Tiny? Nein Der Dick Toggle? Toggle 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 Sag es nochmal Toggle Toggle Toggle? Toggle 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 hieß der Und den spielen wir jetzt mal frei Und dann zeigen wir euch mal Was der so drauf hat Tschüss Ah du hast kein Helm ausgewählt Du bist dumm Ich hab's vergessen Yay Ach Manu Was gibt's denn hier alles so? Was ist das? Willkommen Willkommen Da die Fantasiesphäre Exponentiell schnell wächst Kann ich alle Hilfe dabei gebrauchen Jeden ihrer Winkel zu erforschen Zieh an der Kette Um die creme de la creme Der Ebene der Wunder zu sehen Sie verändert sich ständig Also komm bald wieder Und zieh nochmal Nein Was werden wir hier wohl haben? Soll ich das Sollen wir das machen? Alles klar Wir machen das einfach Das haben wir letztes Mal noch nicht gemacht Das kenn ich auch nicht Bin ich da? Wieder? Ich hoffe es Erstmal Zeug für Sachen bereit machen Burnbox Ach guck mal Da sind wir ja schon Toggle Falsche Reihenfolge Aber egal Ich bin klein Ich bin Wo bin ich denn? Du musst rechts ins Loch Ins grüne Rechts Rechts Du bist oben Du bist oben Du bist oben Du bist oben Ich kann nichts drücken Jetzt hast du verloren Ich konnte nichts machen Du kannst nach links laufen Nein Doch Ich hab hier und da Ehrlich nicht Level laden gescheitert Wo waren wir? Irgendwo hier Hä? Das haben wir doch gerade gemacht Hier und dort Währendienst Haben wir auch gerade gemacht Hä? Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht Wir gehen einfach wieder In die Halle Irgendwie hat er jetzt Gerade einfach alles Zurückgesetzt Ohne dass Irgendwas passiert ist Irgendwas scheint mit der Playstation und diesem Spiel nicht in Ordnung zu sein Das gibt ein Minuspunkt Oh ja Hm So jetzt Wo waren wir denn eben? Wir waren Wir waren da Oben Und dann sind wir Darunter Folge mich Ja Hallo Komm Oh toll R1 musst du drücken Ja Mach ich Ich hab das Gefühl Der Controller reagiert Doch der reagiert schon Du drückst nur falsch Spring Jeden Tag neue Kreationen Jeden Tag weitet sich Die Fantasiesphäre aus Zieh an der Kette Um mehr zu sehen Vergiss aber nicht Vergiss aber nicht Wie lange denn? Keine Ahnung Was werden wir hier wohl haben? Billis Toybox Rück Es lebt ein verwobenes Netz Diese Ladezeiten gelten Du läufst hier direkt von Level zu Level zu Level Und dann kommen wieder Tausendmal Ladezeiten So Oh shit Was macht das? Wir müssen da drauf Äh Was ist das? Ich hab ein Glöckchen bekommen Bin ich? Ach hier Was ist das denn hier für ein Teil? Äh Oh Oh wo bist du? Warum kommst du nicht mit? Weil ich hab hier keine Dinger zum Drauschen Klar Oh man Warum kann ich nicht weiter nach hinten hüpfen? Hä? Weil der will ja nicht nach hinten Oh Gott Jetzt Warte Ja ich bin zu langsam Oh Was zur Hölle? Hä? Ich weiß nicht Ich drück nach oben Oh man ey Und da rein Warte doch mal Der will ja nicht hoch Ja ja Oh ich bin oben Komm Ja ich muss warten So und jetzt R1 Ah ok Hier kann man sich Äh Komm ich sterbe Was mach ich denn? R1 Hab ich Runter klettern Ach so Oh jetzt bin ich tot Ja jetzt sterbe ich schon wieder Und wohin jetzt? Rüber? Komm hoch oder so Oh dann Ja jetzt geh weiter Jetzt brauchst du nicht mehr hochkommen Rechts Warte Oh jetzt Kletter 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 Ja Oh Gott Warum bin ich hier? Ich will nicht dahin Ich lache Ja Und jetzt? Ah ok Oh oh Äh Oh Achso Das hab ich nicht gesehen Was ist denn jetzt los? Oh Wir müssen das zu zweit machen Mhm Nur hochspringen Ja Ja Achso Man sollte auch Draufbleiben Ne Ja ich seh das so schlecht Warum? Weil das so schief ist Von der Perspektive Find ich jetzt ein bisschen doof Das ist das nächste Ich seh das jetzt im Bidget Achso Alter Der hat mich auch erwischt Was ist das für ein Kackteil? Das ist mega Nervig hart Ich bin's der böse Wolf Gerade eben hat's geklappt So jetzt geht's rein Und Oh jetzt kommst du wieder da hinten raus Klar weil Wir müssen das beide zusammen machen Wieso Geh doch einfach mal da hoch Jetzt streng dich an Ja Ich sag springen Und dann springst du Okay Und dann hältst du auch Springen gedrückt Spring Es war zu früh Spring Ja toll Lauf mal nach rechts Lauf mal nach rechts Lauf 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 Weiter nach rechts So weit es geht Ich bin dabei So ne Scheiße ey Jetzt achte darauf Wenn ich sage springen Ja Spring Spring Yay Die Masken sehen ja ekelhaft aus Wie viel haben wir denn hier überhaupt? Schon 20 Minuten Nach dem Level müssen wir aber mal hier Was ist das denn? Uah Uah Der Okay ich bin drüben Was ist das? Hold L1 to glide Ja Okay Nein Warum reicht das nicht? Warum braucht man so lange zum sterben? L1 L steht für links Eins für eins Weißt du? Was musst du denn machen? Das rüber springen? Hold L1 to glide Warum komm ich da nicht hin? Und warum versickert die denn so? Ich muss noch höher springen vielleicht Drei Zwei Warte ich nehme Anlauf Oh War aber auch ganz schön knapp Yay Gibt's einen Punkt Yay Pass auf die Stacheln auf Was ist das? Mach den auf und geht runter durch Äh Oder ist ein Alter jetzt hat mich das Ding kaputt gemacht Egal Mann Das geht nicht Oh ich muss noch höher Noch ein Stück Noch ein Stück Jetzt hab ich's Oh Gott Ich weiß nicht wo ich bin Ich seh mich nicht Okay ich bin tot Egal Warte wir müssen Das schaffe ich niemals Wo bist du? Ich bin tot Achso Wir müssen das aber wieder zu zweit schaffen Wahrscheinlich Nee Hallo Hallo Mann Alter ich komm gar nicht so weit da rüber Wenn ich so weit da rüber kommen würde Jetzt Oh ich hätt's doch fast geschafft Ach die gehen raus Sag mir das doch mal einer Och wo ist die? Das Seh ich nicht Dann zieh doch nächstes Mal die Brille an Das hat damit nichts zu tun Scheiße Komm Hilfe Oh Warte auf mich Ja ich kann nicht Ich komme ich komme ich komme ich bin da Ich bin da ich bin da ich bin da So Einfach hier lang und und nein Das hätten wir auch mal nicht sagen können Egal du schaffst das Ach du Scheiße Nach links 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 Das andere links Das andere links Das andere links Warum warum Weil es nach links geht Jetzt nach rechts Nach rechts Nach rechts Nach rechts Oh Das schaffe ich nicht mehr Hä Wieso denn nach links? Was willst du denn rechts ins Wasser springen? Da sind Pfeile Ja die zeigen nach links die Pfeile Nein Was macht denn der Pfeil da? Zeig da wohl nach links Komm geht das geht das Ja Oh jetzt bist du da unten Warte ich hole Oh Okay da darf man nicht Ja ich sehe dich nicht Man darf nicht Oben in den Stuhl reinkommen Warte Nicht springen Oh ich bin ein bisschen zu früh Warte Warte nein Nein Doch Ja aber ich spring doch noch nicht Äh Geh auf Geh auf Scheiße Ich bin da Also kannst du hier wieder rauskommen Oh Hier runter geht's Achso warte Oh nein Ich hätte Ich hätte Einmal muss hochspringen Dreck leiten So Warte Wo sind die Dinger? Okay Hochspringen Nein Oh das schaffst du Oder? Jawoll Wo muss ich denn hin? Da in die Mitte Pass auf Nach rechts Nach rechts Nach rechts Oh Hast du ein Schwein Und jetzt Links Links Oh pass Nach rechts Warum ruckelt denn das so? Weiß ich nicht Alter Schwede Oh Und jetzt? Nach rechts Da bist du wieder? Pass auf Da kommen Starren raus Moment Und Und jetzt Hast du den Schirm gar nicht ausgemacht? Nee Okay Ist egal Oh da war noch so eine Perle Oh fast wäre ich hackfleisch geworden Ach Ach du musst da sogar rein Okay Hau ab Und 3, 2, 1 Spring Oh shit 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 Oh, fertig. Das kann man hier machen? Oh, es gab 10 Goldene, die hätten wir sammeln können. Ja, egal. Boah, was ein Level, ey. Nicht cool. Junge, Junge, Junge. Ja, dann müssen wir euch in der nächsten Folge den Toggle zeigen. Ja. Ihr dürft mal hier... Nein. Ach, Katze. Jawohl. Es lädt. Ja, ich verabschiede mich und sage dann viel Spaß. Bis in der nächsten Folge. Und lasst einen Daumen nach oben, ein Abo und alles Mögliche. Danke, tschüss. Tschüss. Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete. Schick den Kommentar, denn das heilt und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... Ich habe Verbindungspro...